Eho! Na, mal wieder Bock auf Shirts? Hm, ja. Das ist eure Chance. Schlagt zu auf diceactors.de slash shirts. Cool. Und was ist mit Sipjacken? Was? Na, Sipjacken. Die gibt's auch, aber die Seite heißt gleich. Ach komm, hör auf. Diceactors.de slash shirts. Und was ist mit Höschen? Die gibt's vielleicht beim nächsten Mal. Tatsing! Hot, hot, hot! Diceactors.de slash shirts. Und was ist mit Eho? Nur bis zum 4.8. und nur solange der Vorrat reicht.